darf bewohner sammeln münzen von minen schneller da könnte ich mir noch das restliche holen also viel schneller noch dann bekomme ich noch mehr viel ist es nicht mehr der toll rentiert sich fast nicht mehr ich wollte es hervorstellt wer die lehrt klasse doch bewohner sammeln holz schneller nicht halt ist hoffentlich reicht mein speicher ich habe angefangen hatte noch 200 gb frei ja hier ist so weiß ich nie okay die kanonen hauen so richtig geil ja nur sehr gut Hau rein das macht guten Gebietschaden ja kommt schon ja schon lustig ähm Holz noch schneller, Duftbewohner sammeln, Holz viel schneller ja, kaufe ich mir auch wir sammeln ja Holz ach, Plantage ja hab ich nicht mehr daran gedacht, dass es auch Plantagen gibt die könnte ich sogar jetzt bauen, oder? ja in diesen Plantagen können wir, ähm, unendlich viel Münzen sammeln ja es wächst anscheinend es wächst Geld an den Bäumen oder Pflanzen, die da wachsen das ist doch toll, oder? ja maçon bonjour prä ja ihr klaut mir jetzt nicht noch das Holz maçon ich baue mir nur noch ein paar Häuser hin heil? äh, Holz, ja prä prä büschung ja ja jetzt haben wir unser Bevölkerungslimit noch ein Stück erhöht auf 110 ähm gut dann bauen wir uns ja gleich noch einen Falkonet bm hier heißen die wirklich so? ja aber die kosten sauviel 400 Münzen eine einzige hm nicht billig sehr teuer sogar, ja ah können neue Sachen anliefern lassen Steinmetze ähm, Dorfbewohner und Wagen richten Gebäude viel schneller brauche ich nicht Dorfbewohner sammeln Münzen von Minen schneller das hätte ich holen können toll und was haben wir hier äh, versetzt das Arsenal in das Kolonialzeitalter und ermöglicht weite äh bessere Weitentwicklungen des Arsenals joa hol ich mir mal dann baue ich aber auch mal ein Arsenal Arsenal, wo bist du hier? Br idé nicht bl.m. Bo И K unser Held ist gestorben ja wir brichten auch hier neue Blankler schWeck du gut hier können wir nämlich unsere einheiten weiterentwickeln was haben wir denn hier steinschloss lebenspunkte von lebenspunkte von mit musketen oder gewähren bewaffneten infantilheiten erhöht ja so viel münzen im moment nicht genau münzen da arbeitet er bis einer von zehn können wir auch weiterentwickeln aber da müssen schon noch einige arbeiten holz da hole ich mir gleich die 3 haben wir schon 4 dann 5 6 7 8 9 10 und dann brauchen wir noch weitere plänkler aber die sind so teuer dann nehme ich mir gleich mal musketiere wollte ich jetzt nehmen aber es bringt jetzt auch wirklich arbeiten schon fünf dort hier kommen noch fünf dann passt ich lösche aber wieder zwei weil ich habe hier noch zwei angefordert die uns nicht mal was kosten wo guter die kanone hier mhm jetzt kaufe ich mir noch ein paar plänkler ich bilde neue plänkler aus und die haben hier ganz viele einheiten jetzt wieder hochkästen ich brauche mir einfach dass gerade mal so auf dass es halt gut läuft auch gestern ein zieler kommt noch dann ist hier wieder vollständig dann läuft unsere münzenproduktion der plantage was oh naja vielleicht schaffen wir es sogar weil meine kanonen von dem vor ist auch nicht schlecht sind ich nicht schwach von dem her habe ich jetzt hier alle münzen ja schön ja was ein vor soll es hier anstellt genau baut hier wieder weiter das ist gut so haben wir nicht bald keinen platz mehr weil er alles zusammen baut das ist auch nicht anders eigentlich und neue grenadiere holen jetzt auch gleich hin unsere armee ebenfalls neue musketiere so schnell kann es gehen der gegner ist wieder platz kommt bis hier noch gleich ist fertig und weil es so schön ist aber gleich noch ein hin weil es total unnütz ist aber wir können die auch ausbauen dafür bräuchte nur noch 100 goldmünzen hier ist alles voll besetzt das ist wunderbar darf bewohner sammeln holz viel schneller was noch schneller weiß eh schon holz sieht man viel holz ich habe ich kann holz verkaufen ähm 100 einheiten holz für münzen verkaufen gut nahrung können wir auch verkaufen aber hier ist so viel hau ab hau ab geh in den tor so können wir ja immer verstecken die sitze an dem turm drin macht ihr was feuern so weiterbauen viel fehlt wieder nicht äh viel fehlt auch nicht mehr brauche ich mir so ein will ich mir zwei wundärzte aus oder hol die ey also jetzt können die echt nichts mehr machen ich meine ich bitte euch schaut euch das mal an massen spam von türmen erwähnt sie über die flaggen unterschiedlich das finde ich auch toll meistens wenig gleich bei so älteren spielen das ist ja auch ein älteres aber auch kein ganz schlechtes also ganz gut eigentlich geschaut es ist ja auch immer gut wenn man das durch benutzen würde ich auch immer auch immer es ist Vielen Dank.